Musik 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 Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen Musik 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 Maries Blick fällt auf den neuen Schulratzen auf dem Schreibtisch. Daneben liegt eine große Schultüte. Sofort ist Marie hellwach und springt auf dem Bett. Heute ist es soweit. Ach, heute bin ich ein richtiges Schultüte. Marie läuft ins Bad, zieht sich an und putzt sich die Zähne. Ein Schülkind kann das schon ganz alleine. Ihre Mama, ihr Papa und ihr kleiner Bruder Niklas sitzen schon am Frühstückstück. Marie fasst ihre Mutter an die Hand und will sie zur Tür ziehen. Marie setzt sich an den Klick und zum Frühstückstück. ... Marie Champions. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.